Die Frage ist, habt ihr Tattoos? Ich meine, ich weiß die Antwort eh schon, aber ja. Warum, gibt es dir irgendwelche Tipps? Kann man irgendwas machen, um weniger Schmerzen zu haben? Atmen. Atmen. Relax, atmen. Wenn euch ein Kind kommt und sagt, ich will ein Tattoo, ist volle Unterstützung, oder? Das wäre sonst ein bisschen unfair zu sagen, nein, du darfst nicht. Hallo, servus und havetere zu einer neuen Easy German Folge aus Wien. Heute dreht sich alles um das Thema Tattoos. Ich habe leider noch keine, aber wir fragen die Leute, ob sie Tattoos haben, ob es wehgetan hat, wie viel es gekostet hat, was die Tattoos für sie bedeuten. Und tatsächlich haben ein Viertel aller Menschen in Österreich mindestens ein Tattoo und 10% aller Österreicher mehrere Tattoos. Und wir finden jetzt heraus, warum. Los geht's. Du, unsere heutige Frage ist, ich meine, ich sehe die Antwort eh schon, aber hast du Tattoos? Ja, also ich habe Tattoos und das ist eins von zwei. Das habe ich in den USA machen lassen, da war ich drei Monate dort und habe dann gescheiterweise am letzten Tag entschlossen, dass ich mich tätowieren lasse. Nein, habe ich nicht. Und möchtest du irgendwelche Tattoos? Ich finde Tattoos sehr cool. Ich bin mir nicht sicher, ob es zu mir und meinem Typ passt, aber wenn es zu Menschen passt, finde ich es sehr, sehr toll und sehr attraktiv. Und meine Frage wäre jetzt, wie viele Tattoos hast du denn so? Boah, ähm, ich habe irgendwann mal nachgezählt. Es sind, glaube ich, schon über 20. Boah, 20? Ja. Auf dem ganzen Körper verteilt? Ja, auf dem ganzen Körper verteilt. Ja, habe ich. Jede Menge, ja. Du, wie viele circa? Ähm, ich kann es herzeigen, wenn du magst. Sehr gerne, also. So, hier komplett voll. Okay, wow. Okay, wow. Voll cool. Nein, leider nicht. Ähm, aber hättest du gerne welche? Grundsätzlich schon, ja. Sehr interessiert. Und ich sehe, du hast Piercings, aber warum noch kein Tattoo? Ich finde, dass Piercings irgendwie weniger Commitments sind auf einer Ebene. Also, ich kann sie jederzeit rausnehmen und austauschen. Sieht halt immer anders aus und bei Tattoos ist es halt so ein Ding auf einer Stelle für immer. Ja. Viele? Große. Oder ein großes und zwei kleine. Wie groß ist groß? Äh, groß ist der ganze Rücken. Okay, wow. Und... Ah ja, dann... Warten. Okay, wow, voll geil. Und wie die Entscheidung, warum man Tattoo und wie hast du dich entschieden, was du dich tatuieren lässt? Äh, also ich wollte da zuerst schon mal sowieso eins haben. Äh, hab aber nie so ein Motiv gewusst irgendwie. Und meine Mama hat mir dann auf die Reise einen Schutzengel mitgegeben. Und der ist mir aber genau gebrochen auf der Reise. Und irgendwie hat man dann gedacht, Schutzengel, das wäre nicht so schlecht. Und ich habe irrsinnig gewusst, also ich will ein Gesicht von einer Frau drauf haben. Das habe ich so ungefähr gewusst. Und dann Schutzengel zusammen und dann ist sie so ein Guardian Angel geworden. Also, dass du jetzt noch keins hast, dann woraus liegt das dabei noch? Ich würde sagen, aktuell ist es so, dass mich eher das Motiv aufhält. Also weder die Kosten, die Schmerzen. Ich glaube, das ist total okay. Das würde ich in Kauf nehmen. Aber mein Problem ist, dass ich mir noch nicht sicher bin, welches Motiv ich so auf meinem Körper verewigen will. Für Tattoos sind es wahnsinnig toll auch eine Art von Self-Expression, also Selbstausdruck. Aber bei mir persönlich weiß ich halt noch nicht, was ich wirklich in meiner Haut tätowieren will. Was ist die Entscheidung, ein Tattoo zu machen und was bedeuten sie für dich? Ich habe mir einfach nicht viel überlegt, also einfach drauflos gestartet. Mein bester Kumpel war Tätowierer, also ist Tätowierer und ich habe ihn gechillt. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, spielen wir mal eine Runde Play-Session. Und er auf einmal so, ja, gut, dann packe ich mal meine Tattoomaschine aus. Wow, ganz spontan. Machen wir mal was, genau. Voll cool. Was sind denn so die Geschichten hinter deinen Tattoos? Du darfst ja ein paar aussuchen. Das ist irgendwie anders ein bisschen. Viele waren von Freunden und so tätowiert. Das war, there was a friend. Das war ein Freund. Das war ein Freund. Das habe ich ausgewählt. Das ist etwas, was ich mal gezeichnet habe. Auf einen besonderen Trip. Wie wählst du aus, was du tätowieren lassen willst? Was ist da die Geschichte dazu? Also, ich mache so einen Stern am Tisch und halte ein Pendel drüber und schon was ausschlägt. Nein. Also, Rücken habe ich selber gezeichnet. Da waren wir mal fahren in der Uni und habe einfach zum Zeichnen angefangen. Nein, ich habe das angefangen zum Zeichnen. Irgendwann gedacht, geil, ist das ein Uhrwerk. Uhrwerk, alles was die Zahnräder betrifft, gefällt mir. Wenn man dachte, das kann ich mir tätowieren lassen, dann ist es natürlich kein normales Uhrwerk, weil es war eine Fahrt. Jetzt hat mir mein Geburtsdatum ein bisschen verdeckt. Also, die Uhrzeiger zeigen ein Datum an? Quasi, ja. Also, Geburtstag, also das Sonnensymbol für Sonntag, Sternzeichen und das Geburtsjahr. Das heißt, du hast eher Angst, dass du was machst und dass dir das dann später nicht mehr gefällt? Ja, grundsätzlich schon. Also, mein Style ändert sich auch sehr schnell und sehr häufig. Deswegen habe ich dann einfach ein bisschen Angst, dass es mir dann nicht mehr taugt. Du hast gesagt, du weißt noch nicht was, aber hast du schon irgendeine Idee, was es sein könnte? Ist es eher ein Muster, ein Name, ein Gesicht oder was? Was könntest du dir vorstellen, als du? Ich glaube, nicht aus persönlicher Erfahrung, aber ich glaube, Namen oder Geburtsdatum sind immer recht schwierig. Das sind dann die klassischen Herzerl, wo dann irgendwie der Name und Hochzeitsdatum oder sowas drauf ist, die dann umgeändert werden. Aber bei mir, ich mag sehr gerne solche Dezenten-Tattoos, also solche Mikro-Tattoos, glaube ich, nennt man die. Ich bin, wie gesagt, kein Experte. Aber wie gesagt, es kann sich alles noch ändern oder das Motiv, wenn es passt, wird es sich ergeben. Wie ihr sicher schon bemerkt habt, geht es beim Sprachenlernen ganz oft um Vokabeln. Man braucht einfach viele Wörter, um eine Sprache zu beherrschen. Und wir haben einen Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, Siedleng, eine App zum Deutsch lernen und speziell, um Vokabeln zu üben. Und Kari und Janusz und das Easy German Team haben über 12.000 der wichtigsten deutschen Vokabeln eingespielt, damit ihr besser üben könnt. Schaut mal vorbei für iOS oder Android, Siedleng oder auf Siedleng.com. Außerdem gibt es zusätzlich jede Woche die neuen Vokabeln von unseren Easy German Episoden, damit ihr gleich weiter üben könnt. Schaut mal vorbei. Die Fragen, die noch gekommen sind, waren die einerseits, wie ist es mit den Schmerzen? Aushaltbar oder ist das etwas, was eher abschreckt zum Weitermachen? Es kommt auf die Größe und auf die Körperstelle drauf an und auch auf den Tätowierer. Und ich glaube auch auf die Menge. Wenn man schon relativ viele hat, dann wird es, finde ich, immer schlimmer. Das heißt, wenn man über etwas drüber sticht oder was? Nein, eher, wenn man schon, keine Ahnung, 30 Mal tätowieren wird, dann finde ich, wird der Schmerz immer ärger. Ja, schon. Es kommt auf die Stelle an, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Wo zum Beispiel? Na ja, weht und tut es halt überall. Intensiv wird es dann halt am Bauch oder halt an gewissen Bereichen wie Brust oder Ellbogen, Innenseite, solche Geschichten. Am Rücken, an der Wirbelsäule. Das ist so, das ist ein ganz anderer Schmerz, weil du das Gefühl hast, dein ganzer Körper vibriert, weil es halt direkt an der Wirbelsäule ist. Ansonsten, da die Stellen sind eigentlich relativ easy. Ich bin ein Tätowierer, ja. Und so, ich mag die Tätowierungen für die Leute, ja. Wir hören ganz viele Menschen Fragen nach Schmerzen. Wie ist da die Erfahrung? Gibt es dir irgendwelche Tipps? Kann man irgendwas machen, um weniger Schmerzen zu haben? Atmen. Atmen. Relax, atmen. Ja, es ist kein mehr, you know, es ist, you know, es ist alles hier, you know, so, yeah. Der Körper vibriert den Schmerz, nicht das Hirn, you know. Gibt es irgendwelche Vor- oder Nachteile, wenn man Tattoos hat? Tattoos, ja, also es gibt sehr viele, also ich habe jetzt sehr viele Jugendliche gesehen, so in, also sehr junge Leute, zum Beispiel mit 16 oder so was, die Tattoos gemacht haben. Die war es nicht so wirklich, zum Beispiel Face-Tattoos und so, das sollte man halt wirklich sich ganz, ganz gut überlegen, bevor man da ins Gesicht irgendwas macht oder so. Natürlich, wenn du halt ein Kunstler bist oder so, wo du dann wirklich so die Freiheit hast, da auf dein Gesicht irgendwie so, also tatuieren zu lassen, kannst du es gerne machen, aber ich meine so mit 16, 17 weißt du wirklich noch nicht wirklich, ob das wirklich, ja, dann für die Zukunft dann irgendwas, ja. Ja, und wie ist das mit den Kosten circa, also? Wie viel kostet es dazu? Unterschiedlich. Ich mache das schon länger, früher war es billiger, jetzt ist es, glaube ich, schon sehr teuer, ja. Und ist das eher die Arbeitszeit oder das Material oder? Also zahlen, glaube ich, tut man in erster Linie den Künstler und dementsprechend, glaube ich, gehen die Preise auch stark auseinander. Ja, so ab 80 Euro die Stunde aufwärts, je nach Künstler, je nach Aufwand von Motiv und Fläche, sagen wir mal so. Das heißt, du hast schon ein ganzes Investment als Körperkunstwerk. Ein kleines, ja. Super, voll, voll, cool. Kleines Auto, geht es euch aus, ein gebrauchtes, ja. Das heißt, du hast selber Maschine und du kannst es selber machen? Ja, voll, also. Also gleichzeitig konzentrieren und? Ja, ja, es geht schon. Also wenn man genug Zeit hat, so wie in der Quarantäne. Am Anfang natürlich habe ich immer auf so Kunsthaut geübt und auf Bananen oder Orangen oder so. Voll cool, das habe ich gar nicht gewusst. Das heißt, das ist ähnlich wie die Haut? Ja, genau, das ist schon ähnlich. Vor allem, ich finde auch, Orangen und Bananen waren eigentlich ähnlicher als zum Beispiel so Kunsthaut. Kunsthaut hat sich eher so plastisch angefühlt und so. Und Orangen und Bananen waren mehr so smooth, like your skin. Sehr, sehr cool. Gibt es noch vielleicht irgendeinen Tipp für Menschen, die noch kein Tattoo haben, die gerne herkommen wollen, auf was sie achten müssen? Well, sie haben keinen Stress, keinen, you know, es ist eine Erfahrung. Es ist nicht nur ein Tattoo, es ist nicht ein T-Shirt, you know. Ja, die Musik und die Atmosphäre und der, I don't know, der Feeling mit dem Tattoo, das ist wichtig auch, so. Boah, das war heute wieder eine sehr spannende Folge und ich glaube, ich bin auch auf den Geschmack gekommen. Ich habe noch kein Tattoo, aber ich habe schon viele Ideen. Mal schauen, dabei traue ich mich noch nicht. Aber wie schaut es denn bei euch aus? Habt ihr neue Wörter gelernt und habt ihr Tattoos und was sind die Geschichten dazu? Bitte schreibt es uns wie immer in die Kommentare und wie immer lese ich alle Kommentare genau durch. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao!